Hallo und herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 278, entscheide du deinen Vibe. In dieser Folge geht es darum, wie können wir eigentlich in guter Stimmung bleiben? Wie schaffen wir es, in den Turbulenzen unseres Alltags den Kopf über dem Wasser zu halten? Wie sorgen wir dafür, dass uns Emotionen nicht zu sehr runterziehen? Wie kriegen wir einen Neuanfang hin, wenn wir das Gefühl haben, dieser Tag war wirklich Mist? Also heute geht es um den Vibe, um unsere Frequenz, um unsere Stimmung und darum, dass wir das selber entscheiden können, wenn wir nur wollen. Dass das nicht immer einfach ist, hey, auf jeden Fall, aber wir können es schaffen und darum soll es heute gehen. Und warum komme ich zu dieser Folge? Vielleicht erst mal kurz, während wir einatmen, fühlen wir unseren eigenen Vibe, oder? Atme mit mir ein, vielleicht leg dir eine Hand auf dein Herz, wenn du kannst und es gerade geht, schließ deine Augen. Und frag dich, wie geht es mir gerade? Wenn ich reinfühle jetzt gerade an diesem Mittwochmorgen, wo ich den Podcast aufnehme, die Sonne scheint in mein Zimmer rein, spüre ich ein bisschen die Schwere in meinem Herzen. Ich weiß nicht genau, warum, sie ist eigentlich nicht zu irgendeinem Thema, mit irgendeinem Thema verbunden scheint mir, aber ich spüre das in meinem Herzen und ansonsten geht es mir gut. Ansonsten freue ich mich auf die Folge, freue mich darüber, dass heute ein weiterer schöner Tag vor mir liegt. Keine Ahnung, was bei dir los ist. Vielleicht hast du gerade wichtige Sachen vor der Brust und du freust dich drauf oder du hast Angst davor. Vielleicht geht deine Familie oder du gerade durch schwere Zeiten. Ich hoffe es nicht, aber auch das kommt bei uns allen manchmal vor. Wie schaffen wir es, unseren Vibe, unsere Frequenz oben zu haben? Ich habe für mich drei Blickrichtungen, die ich mit dir teilen will. Und die erste ist, Gedanken schaffen Frequenzen. Gedanken sind Energie oder sie werden von unserem Körper, sie haben eine Energie und sie werden von unserem Körper empfangen als Energie. Das heißt, wenn wir in Gedanken denken, ist wie eine Welle, die wir in die Welt rausschicken, in das Universum und in unseren eigenen Körper natürlich auch. Und wenn ich in Coachings bin mit Leuten, dann habe ich häufig damit zu tun, dass irgendwas nicht läuft, sonst würde man ja kein Coaching holen oder sich buchen und Geld und Zeit investieren. Also man hat irgendwas, was nicht läuft und man ahnt aber schon, dass es besser laufen kann und dass man es besser haben will. Und dann beginnen wir zu arbeiten und irgendwann in dem Prozess kommt der Punkt, wo wir an die alten Wahrheiten kommen, wo wir entweder loslassen, die Gedanken und die Art der Bewertung, die uns in das Unglücklich-Fühlen bringt oder dabei bleiben, weil wir denken, so ist es aber richtig und im Außen muss sich was ändern. Und hier will ich einen kleinen ersten Schlenker machen. Falls du auch manchmal denkst, hey ja, ich kann ja jetzt nicht, wenn das und das und das schief läuft und mir geht es dann gut, dann sage ich halt quasi damit, dass es okay ist. Und das ist ein super großes Missverständnis. Nein, sagst du nicht. Sagen wir nicht. Wenn wir darauf achten, dass wir in einem positivsten Sinne autark werden, nicht von der Welt selber, aber unsere Frequenz etwas ist, was wir schützen und ehren und zwar so gut wir können, dann sorgt es dafür, dass wenn Leute uns nicht gut mitspielen, weil sie selber verletzt sind, weil sie es nicht besser wissen, weil sie durch eine schwere Zeit gehen, warum auch immer. Das entschuldigt es nicht, aber keiner steht auf, um ein Arschloch zu sein. Es gibt immer einen Grund. Aber wenn das passiert, dann muss es nicht unseren Tag klauen. Es muss uns nicht rausholen. Es kann. Manchmal sind wir sensibel, manchmal erwischt uns was irgendwie auf dem falschen Fuß oder wir haben irgendwie eine dünne Schale und das ist okay. Aber selbst wenn das passiert, können wir irgendwann neu wählen. Was wir aber meistens machen ist, sagen, ja, so ist es halt, so sind Menschen. Immer passiert mir sowas. Immer habe ich so ein Pech. Ich hoffe, ich treffe auch mal die netten Leute. Und erzählen uns all diesen Quatsch, als wäre das Leben, was gerade passiert ist, eine persönliche Bestrafung von uns. Dabei sind wir einfach nur jemandem begegnet, der anscheinend irgendwas zu lernen hat und der eine Grenze braucht, eine klare, damit wir nicht uns Quatsch anhören oder zumuten müssen. Und gleichzeitig aber auch lernen wir diese Abgrenzung. Lernen wir, dass unser Wohlbefinden nicht davon abhängt, was andere machen. Und es ist mir total klar, und ich weiß es von mir selber, dass es gerade in den engsten Beziehungen super schwer ist, oder? Irgendwie, wenn, keine Ahnung, der Superman einen schweren Tag hatte und ich auch und wir kommen abends nach Hause, dann wünsche ich mir eigentlich jemanden, der mir richtig zuhört und meine Hand hält und vielleicht noch einen Blumenstrauß in der Hand hält und hey, ich habe einfach super viele Rom-Coms geguckt. Also du hast eine ungefähre Idee, wie das bei mir laufen könnte in meiner Idealvorstellung. Und er kommt nach Hause und will einfach seine Ruhe haben und ist vielleicht frustriert, weil Sachen schief gelaufen sind. Wenn jetzt meine Erwartungen auf seine Stimmung kommen und ich das persönlich nehme, also ich seine Stimmung nehme als etwas, was mit mir zu tun hat, er liebt mich nicht genug, ich bin ihm nicht wichtig und so weiter, statt zu sehen, dass da gerade jemand mit sich selber kämpft, sind wir irgendwie in Trouble, kriegen wir Streit miteinander oder zumindest frustrieren wir uns gegenseitig. Was besser funktioniert, ist zu sagen, wie es einem geht und was man sich eigentlich jetzt wünscht. Und gar nicht so im Sinne vom anderen, ich wünsche mir das du jetzt, sondern boah, ich bin richtig platt und frustriert von dem Tag und ich wünsche mir jetzt eigentlich nur irgendwie gehalten zu werden und mich wieder geborgen zu fühlen und nicht so frustriert zu sein. Und wenn die andere Person, wenn wir nicht sagen, ich wünsche mir das du jetzt, was wir auch machen können, ist nichts Schlimmes dran, aber wenn die andere Person das hört, kann sie auch sagen, ich komme super platt vom Job und boah, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe und ich bin so gefrustet von dem, was passiert ist. Dann erstmal verstehen wir, warum ist jemand so drauf und gleichzeitig können wir sagen, hey, was machst du nicht? Erstmal eine Pause und dann sehen wir uns gleich. Und wir können miteinander ausbaldofern, wie wir unsere unterschiedlichen Bedürfnisse matchen, sodass wir beide, dass nicht einer sich für den anderen aufopfern muss, was nie funktioniert. Und natürlich gibt es Situationen in Beziehungen, auch Freundschaften, Ehen, Familien, wie auch immer, wo eine Person in einem Muster feststeckt, vielleicht narzisstisch ist oder wie auch immer, also wirklich sich schwer tut, damit die Bedürfnisse anderer ernst zu nehmen oder überhaupt zu sehen. Und dann müssen wir uns vielleicht irgendwann fragen, ob wir das aushalten. Und gleichzeitig ist immer die Frage, kann ich das, auch wenn ich merke, so will ich nicht leben, aufhören, persönlich zu nehmen? Okay, jetzt habe ich einen kleinen Ausflug gemacht in das ganze Thema Beziehungen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist dein Vibe und mein Vibe. Unser Vibe hängt maximal davon ab, welche Gedanken wir haben, wie persönlich wir Sachen nehmen und ob wir hadern mit der Realität. Da habe ich auch eine Folge zu aufgenommen, aber ich weiß nicht mehr genau, wo die ist. Ich versuche die mal zu finden. Auf jeden Fall gibt es ein tolles Buch von Michael Singer dazu, was ich euch verlinke in den Shownotes, was mir sehr geholfen hat. Habe ich ja schon mal erzählt, Living Unearthed, glaube ich, heißt es. Und es geht darum, wie wir, dass unser Herz fühlt und fühlen will und dafür da ist. Und dass es nicht darum geht, ein Leben zu orchestrieren, wo das Herz immer nur Gutes fühlt, sondern zu sehen, aus den unterschiedlichen Gefühlen erkennen wir, was wir wirklich wollen. Und das ist wichtig, um das zu manifestieren und zu schaffen in unserem Leben. Und wir erkennen auch, wo wir wachsen können, wo wir noch mehr in Unabhängigkeit gehen können, wo wir vielleicht ein bisschen mehr von dem Licht brauchen in uns selber, statt es im Außen zu suchen. Und Gedanken sind manchmal so böse. Wir haben Gedanken darüber, wie etwas sein sollte, wie Menschen sein sollte, wie die Welt sein sollte. Und dann kämpfen wir mit der Realität, die wir sehen. Weil wir wünschen uns sie anders, aber sie ist halt, wie sie ist. Und wir sehen nicht das Gute, wir sehen nicht die kleinen Sachen. Unsere eingebaute negative Verzerrung lässt uns nur das Negative sehen. und dann können wir richtig in so einer Spirale nach unten sein. Und dann können wir beginnen, auch wirklich zu kämpfen mit Leuten. Dann sind so kleine Tropfen, bringen das fast zum Überlaufen. Und dann maulen wir jemanden an, obwohl die Person einfach nur auch einen schweren Tag hatte und uns aus Versehen angerempelt hat, weil sie vielleicht zur Ablenkung auf ihr Handy starrt oder so. Hey, als ob uns das nicht passiert wäre. Oder wir schimpfen über einen Autofahrer, der vor uns reinfährt, während wir, wenn wir auf der anderen Spur werden, schimpfen würden, dass uns keiner reinlässt. Also der Schlüssel zu unserem Mitgefühl und zu einem Miteinander ist zu verstehen, dass jeder von uns mit sich kämpft und dass du die Gedanken wählst, die du denkst. Du kannst entscheiden, ob du dieser Falle nachgibst, alles negativ und persönlich zu nehmen, die bei uns eingebaut ist. Das ist nichts an dir, was nicht stimmt, sondern es ist einfach so. Unser Hirn ist so programmiert, damit wir uns sicher halten, damit wir ein gutes Leben haben, whatever. Und gleichzeitig kannst du aber neu entscheiden. Du kannst sagen, danke für diesen Tag am Morgen und kannst dich freuen über die kleinen Dinge, die bei dir in der Wohnung dir Freude machen. Deine Tasse Tee oder ein schönes Bild, was irgendwo steht und was du vielleicht gar nicht mehr siehst, weil du so dran gewöhnt bist. Oder du kannst dich aufregen über den Staub oder darüber, dass du jetzt wieder aufräumen musst. Du kannst sehen, dass die Sachen, die du tust, von denen du meinst, dass du sie musst, der Gedanke, ich muss jetzt noch, zeigt dir einfach nur, dass du damit haderst, ein Commitment einzuhalten. Hey, wer sagt, dass du das musst? Und wenn du jetzt sagst, ich habe ja Kinder oder keine Ahnung, dann ja, wir machen manchmal Commitments, die sind richtig langfristig. Und nicht alles daran ist so cool, wie wir uns gedacht haben, oder? Vielleicht hast du bei der 35. Windel irgendwie so ein Gefühl von, warum ich? Und das ist okay. Ich meine, nicht drück es weg, aber erkenne, dass das schlechte Gefühl, der Frust, den du fühlst, kommt von dem Gedanken, warum ich, kommt von dem Gedanken, dieser Moment sollte anders sein, kommt von dem Gedanken, ich wünschte es, ich wäre woanders. Und es ist okay, anzuerkennen, hey, ich brauche wirklich Pausen und ich brauche mal eine Ablenkung, um dafür zu sorgen in deinem Leben. Das ernst zu nehmen, das Bedürfnis und danach dem zu handeln und gleichzeitig zu sehen, dass das, was du gerade machst, irgendwann mal eine Entscheidung von dir war. Und überall da, wo wir die Entscheidung revidieren können, Jobs, die wir kündigen können, wo wir uns neue suchen können, Verabredungen, die wir ändern können, Deals in Beziehungen, die wir machen, wer räumt was auf, die wir ändern können. All das ist möglich, wenn wir erkennen, dass wir ein Bedürfnis haben und dass wir was haben wollen. Aber wir müssen es erkennen, anerkennen das Gefühl, überlegen, wo kommt es her und dann das aussprechen, so das, was sich verändert. Oder wir müssen Frieden damit finden oder wir müssen es loslassen. Love it, leave it, change it. Aber permanent in negativen Gedanken zu sein, macht dich unglücklich und führt zu einem Frust in deinem Leben, den du unkontrollierbar hältst und der dich zur Kompensation bringt. Dann müssen wir plötzlich shoppen oder was essen, weil wir so gestresst sind und so gefrustet. Und dann tut uns der Körper weh, weil diese negative Energie unseren Zellen torpediert. Und all das passiert, ohne dass wir es wollen. Und der Ursprung ist ein Gedanke. Und häufig sind unsere Gedanken, und das ist ja auch noch so erschreckend, einfach konditioniert. Wir haben sie einfach von jemandem übernommen und das noch nicht mal willentlich. Konditionierung passiert nie, also selten, nicht niemals. Häufig lernen wir auch bewusst das. Aber ganz oft werden wir konditioniert unbewusst durch Werbung, durch unsere Familie, durch die Art, wie Sachen sind. Und es ist ein Hauptjob bei mir als Coach zu sehen, wo haben Leute unbewusste Verstrickungen irgendwie, die sie nicht weitergehen lassen. Und das zu lösen, ist einfach so wichtig für uns. Und es geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Bemerkung, wann ist dein Vibe, deine Frequenz, deine Stimmung schlechter. Und hey, was passiert? Warte mal kurz. Okay, jetzt muss ich das machen, habe ich gar keinen Bock drauf. Deshalb ist das so. Hör da nicht auf. Hör nicht auf bei dem deshalb ist das so. Sondern denk dir, okay, warum bin ich denn da so im Widerstand? Ja, ich hätte jetzt gern lieber frei. Okay, warum mache ich das denn eigentlich trotzdem? Ja, weil mir das wichtig ist. Okay, kann ich mich darauf konzentrieren, dass es mir wichtig ist, dass das pünktlich fertig wird? Und kann ich mich überlegen, wie ich mich danach belohne? Oder brauche ich jetzt echt eine Pause, bevor ich weitermache? Und dann kriegen wir eine erwachsenere Art, unsere Gedanken zu managen, statt dass unsere Gedanken uns managen. 99 Prozent des Tages ist es bei den meisten von uns so, dass unsere Gedanken uns managen, unsere Stimmung. Und unsere Stimmung entscheidet, wie unsere Hormone sind. Und unsere Hormone entscheiden, wie viel wir essen, sogar welche Entscheidungen wir treffen und so weiter. Und alles hängt damit zusammen, dass wir nicht checken, nicht kontrollieren, nicht bewusst uns drüber sind, wie der Prozess abläuft. Und die einzige Chance ist, sich dem bewusst zu werden. Und wenn du jetzt gerade dicke Backen machen solltest, hey, fühle ich. Auf jeden Fall wirkt es jetzt gerade anstrengend, aber es geht eigentlich um Achtsamkeit in deinem Kopf. Und das hört sich doch schon mal anders an, oder? Und es geht nicht darum, dass du es perfekt schaffst und immer. Überhaupt nicht. Es geht darum, dass du bemerkst, wenn du nicht mehr so richtig gut drauf bist und dich selber lernst zu fangen, statt zu erwarten, dass das Wetter besser wird oder die Welt besser oder dein Kontostand besser oder whatever. Weil das Geile ist, wenn du das machst und dich aufmachst und deine Gedanken beginnst zu ändern. Ich habe begonnen, mir morgens zu sagen, jetzt in den Spiegel, dass ich mich liebe. Es hört sich vielleicht echt absurd an, aber ich hatte in dem Zurück zur Natur Podcast schon erzählt, als es hier um eine andere Art den Körper zu lieben, irgendwie, es gibt so eine Körperliebe-Folge auf jeden Fall und es gibt eine Folge zu der Body Love Challenge, die gerade bei uns im Öl-Team ist. Wenn man so ein paar Sachen, Supplements und so gekauft hat, kann man da kostenlos mitmachen. Das ist so eine geschlossene Facebook-Gruppe. Aber naja, jedenfalls habe ich erzählt, dass der Ursprung ist eigentlich, dass ich mich so unwohl gefühlt habe mit meinem Körper und hier habe ich es auch schon mal erzählt. Und zu sehen, dass ich aber ich bin und ich eine gute Version von mir bin und mir das zu sagen, ändert gerade was morgens. Es ist auch nur ein Gedanke, den ich laut ausspreche, aber einer, der mir gut tut, der mich sanft werden lässt, der mich anlächeln lässt. Hey, du kannst stolz auf dich sein, auf die, die du bist, egal wie gut du reinpasst in irgendwelche Standards der Gesellschaft, die die Gesellschaft sich ausgedacht hat und noch nicht mal bewusst, sondern sie sind einfach entstanden aus Werbung und auch whatever. Okay, so. Also sei kreativ mit deinen Gedanken. Denke die Sachen, die sich gut anfühlen. Sei offen für die Wunder. Hab Vertrauen ins Universum. Wie so ein Vertrauensvorschuss. Ich glaube, da muss ich eine extra Folge zu machen. Und gehen wir zu Schritt 2. Das sind die Gedanken. Also du entscheidest deinen Vibe darüber, dass dir klar wird, was du denkst und dass du dich fängst, wenn du Bullshit denkst. Und das heißt nicht, dass du alles super finden musst oder zu jedem freundlich sein musst. Gar nicht. Aber zu dir selber. Sei zu dir selber klar. Lern deine Grenzen kennen. Lern kennen, was dir gut tut. Entscheide du für dich. Triff Entscheidungen. Du bist am Lenkrad deines Lebens entweder mit deinem Unbewussten oder mit deinem Bewussten. Also besser das Bewusste sitzt dran. Und das Zweite ist, deine Gefühle sind wichtig. Jedes Gefühl ist gleich wichtig. Also während deine Gedanken Gefühle machen. Ja, hey. Aber wenn Gefühle da sind, dann nimm dir einen Moment und fühl die. Und es läuft gerade parallel, wo dieser Podcast rauskommt, mein Programm Blizz. Und in Blizz geht es darum, dass wir Werbung wegen Namensnennung, dass wir die innere Stimme hören lernen. Und wir alle haben eine starke innere Stimme. Wir alle haben eine Seele, die uns führt und leitet. Jeder von uns. Egal wie du es nennst, ob du es inneres Licht nennst oder Gott nennst oder was immer. Jeder von uns hat dieses Prana, diese Energie, die eine andere Frequenz trägt, die unser höchstes Potenzial trägt, die verbunden ist mit allem, was größer ist als wir. Und diese Stimme zu hören, ist eine wunderbare Bereicherung. Aber weißt du was? Man kann sie nicht hören, wenn die Frequenz zu niedrig ist. Man kann sie nicht hören, wenn der Kopf mit all dem negativen Sheet zu laut ist. Das heißt, der Punkt 1, die Gedanken zu sortieren, bedeutet nicht, Gefühle runterzudrücken, sondern zu sehen, hey, mein Gefühl ist da. Und häufig ist es so, dass die jetzige Situation etwas in der Vergangenheit triggert. Das heißt, du willst hinfühlen, die Augen schließen, wenn du kannst, gerade in dem Moment und fühlen, wo sitzt das in deinem Körper. Meine Lehrerin Bella Lively, bei der ich das Thema Inner Voice lernen durfte, nennt das Beanbag. Und sie sagt, wenn wir uns konzentrieren auf die Stelle in unserem Körper, wenn wir fühlen, wo sitzt dieses Gefühl? Oh, ich spüre das in meinem Herzen, habe ich eben gesagt. Okay, wenn ich jetzt zu meinem Herzen gehe, dann fühle ich da, wie ist das, wie so eine graue Decke, so ein grauer Waschlappen, der da liegt, unter meiner Haut, auf meinem Herzen. Und wenn ich da reinatme, spüre ich eine schwere, eine Traurigkeit. Und wenn ich jetzt in die Traurigkeit gehe, statt einen Podcast aufzunehmen, aber wenn ich da reingehen würde, dann könnte ich da hinatmen, meine ganze Aufmerksamkeit auf diesen grauen Waschlacken packen, die Traurigkeit fühlen, vielleicht kommen eine Träne oder zwei. Und das Verrückte ist, es geht weg. Wenn ich nur schaffe, mich darauf zu konzentrieren, statt mit meinem Kopf weiter davon zu galoppieren. Das heißt, die Gefühle lösen sich auf, wenn wir sie fühlen. Und Gefühle sind wie ein, ich habe mal in einer anderen Folge gesagt, wie Gänsehaut. Wenn wir die Gänsehaut haben, dann drehen wir die Heizung hoch. Also Gefühle sind nichts weiter als ein Indikator, ein Barometer, ein Messmittel. Und zwar für was? Dafür, wie sehr du gerade in Ausrichtung bist, in Verbindung bist, in der Nähe bist, deiner Seele, deines wahren Selbst. Wenn wir mit unserem wahren Selbst verbunden sind, fühlen wir ein großes Gefühl von Sicherheit, von Ankommen, von Klarheit, Ruhe. All die Hektik, das Beweisen müssen, der Kampf fallen von uns ab. Wenn wir das nicht fühlen, dann bedeutet das einfach nur, wir sind weiter davon weg. Das heißt, wir brauchen Wege, um unsere Gefühle loszulassen, habe ich dir gerade einen erklärt, und dann zurückzuführen. Seht, Punkt eins. Finde zurück zu. Denke etwas anderes. Finde zurück, wenn das Gefühl weg ist. Entschuldigung. So, und der dritte Punkt ist, dass wir lernen müssen, zu sehen, was uns glücklich macht. Und wirklich, was dich glücklich macht. Nicht, was du denkst, was andere glücklich macht, was du denkst, was andere von dir erwarten, was du meinst, was du in deinem Alter tun solltest, oder schön finden solltest, oder wie du aussehen solltest, sondern nein, nein, nein. Ich meine, dass du in dem Moment jetzt gerade überlegen kannst, was wäre jetzt das Schönste, was ich machen könnte, das Beste, was ich planen könnte. Ich denke gerade an Urlaub. Und natürlich kann ich jetzt nicht spontan in Urlaub fahren, oder? Das geht nicht. Ich habe Termine, und abgesehen davon, darf ich jetzt erst mal mein Geld nach meinem ein bisschen feudalen Taylor Swift Abenteuer wieder ein bisschen zusammenhalten. Und gleichzeitig kann ich überlegen, hey, wie kriege ich ein Urlaubsgefühl hin? Und dann denke ich gerade so, oh, wenn ich auf meinem Balkon heute liege, der ist so ein bisschen überdacht, selbst wenn es regnet, wenn es nicht stürmt, geht es auch. Und einfach ein bisschen in meinem Buch lese, das mache, das lässt sich gerade gut an. Das wäre doch schön, vielleicht noch was Schönes zu trinken neben mir, ein warmes Wasser, ein Öl drin, große Metapower-Ölliebe gerade, Werbung, wegen Namensnennung. Ja, all die, all diese Sachen kann ich machen, oder? Da draußen sein und mich ein bisschen wie Urlaub fühlen, wie ein Urlaubsmoment heute schenken statt. Ich habe so hart gearbeitet die letzten Tage, weil ich das Soulcoach-Manual fertig geschrieben habe. Das heißt, zum Abschluss kriegen die Soulcoaches eine Zusammenfassung. Und ich wollte eigentlich nur die Techniken runterschreiben, die man lernt in meiner Ausbildung. Das ist ja so eine bunte Mischung aus NLP-inspirierten, Yoga-inspirierten, von mir zusammengetragenen Sachen von unterschiedlichsten Quellen. Und ich dachte, ich schreibe die mal so auf, wie ich die so mache. Und dann sind aber 100 Seiten rausgefahren oder 90 oder so. Es ist ein richtiges Buch geworden. Das musste für die Druckerei jetzt fertig werden. Aber das kann ich natürlich nicht ausdrucken hier an meinem Rechner. Und ich freue mich aber voll, weil es richtig cool geworden ist. Und das habe ich gestern gemacht. Wie bin ich da drauf gekommen? Weiß ich nicht mehr. Weil ich weiß nicht mehr, wieso ich hier gelandet bin. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich das fertig habe. Und heute kann ich das doch feiern. Oder die letzten Tage habe ich mir nicht richtig gegönnt, Pausen zu machen. Ich merke, dass sie mit dir fehlen. Sonst würde ich nicht von Urlaub träumen. Und ein bisschen vielleicht ist das eine gute Sache, ein Leben zu gestalten, was sich anfühlt wie ein Urlaub. Was nicht heißt, dass du die ganze Zeit faul bist. Aber wenn du so ausgepowert bist in deinem Tag, dass du im Urlaub zwei Wochen einfach nur nichts tun willst, dich einfach nur betäuben willst mit Alkohol oder Handyspielen oder was auch immer, einfach nur flüchten willst, dann läuft doch was falsch, oder? Also finde raus, was du brauchst, was dich glücklich macht, was dein Herz klopfen lässt. Finde raus, was dein Vibe hebt. Und das sind manchmal kleine Sachen, wie als ich in meinem Lieblingssteinladen war in Berlin. Ich schreibe euch den Namen auch unten rein, der heißt Nautilus. Da hatten die so kleine, so wie so japanische Räucherstäbchen. Und ich liebe ätherische Öle. Wisst ihr, der Diffuser ist hier immer an. Ich liebe die Wirkung davon. Ich feiere das so, dass sie in mein Leben gekommen sind vor vier Jahren. Ich feiere so die Community, die wir haben. Wenn die dich rufen, Achtung, dies ist eine Werbung, dann bitte komm in mein Team, schreib mir, hey, ich will mit den Ölen starten. Was soll ich tun? Wenn du bei Bodylove starten willst, schreib das dazu. Sag, ich will bei dieser Bodylove-Sache dabei sein. Und ich sage dir, was du dafür brauchst. Und schick dir einen Link, dass du dich in meinem Team anmelden kannst. Aber jedenfalls habe ich liebe ich die Öle und all das. Und dann habe ich irgendwie das gerochen. Die hatte so ein Räucherstäbchen an und das hat mich total angezogen. Das hat mich an irgendwas erinnert. Düfte holen uns ja so zurück in die Vergangenheit, genau wie Lieder. Und ich war plötzlich so, oh mein Gott, das brauche ich. Und dann habe ich die gekauft. Und gestern Abend war ich platt und alle haben Fußball geguckt, weil gerade EM ist, was gar nicht schlimm ist. Und ich dachte, hey, nur zehn Minuten. Und ich habe mir ein Räucherstäbchen angemacht und habe das nur ganz kurz brennen lassen, weil es ja auch gar nicht so gesund sein soll, glaube ich. Aber auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und dann habe ich meine Bowls gespielt und im Moment mich gestreckt. Und es waren so wundervolle zehn Minuten, die sich viel länger angefühlt haben. Und ich weiß, dass mich alles glücklich macht. Also so kleine Sachen wie einen Duft finden, wie eine Pflanze pflegen, so kleine Sachen wie einen Spaziergang machen, eine Blume kaufen, einen Kaffee trinken, kleine Sachen wie eine liebe Freundin anrufen. Finde raus, was dich glücklich macht. Sammel in einem Notizbuch Dinge, wo du aufschreibst, hey, das habe ich gerade gemacht, jetzt bin ich gerade glücklich. Sammel die für dich, wenn es für dich schwer ist, um rauszufinden, was hebt dein Vibe? Was hebt deine Frequenz? Für Buch, was sie hebt. Du wirst überrascht sein, was draufsteht und was auch nicht. Weil wir manchmal meinen, so muss es sein. Aber es ist gar nicht das, was wir brauchen. Und jetzt sind wir am Ende dieser Folge. Du entscheidest deinen Vibe. Du entscheidest damit, wie dein Leben sich anfühlt. Und ein gelungenes Leben ist vielleicht gar nicht das Leben mit den größten Erfolgen oder dem dicksten Bankkonto oder, oder, oder. Sondern ein Leben, in dem du gelernt hast, in dir zu Hause zu sein, mit dir fein zu sein, dich zu lieben und deine Bedürfnisse zu ehren. Und ich hoffe, dass das dir gelingt. Du hast es verdient. Du hast verdient, dass es dir richtig gut geht. Du hast verdient, dass du die besten, ermutigendsten, hoffnungstollsten Gedanken denkst. Du hast verdient, dass egal, was gerade in deinem Leben passiert, ob es schwer ist oder leicht, du es annehmen kannst, du eine Stärke in dir findest, die dir hilft, damit umzugehen. Du hast verdient, Pausen zu machen und dein Leben zu feiern in den Momenten, in denen dir nachfeiern ist. und ich hoffe, all das steht an der Tür für dich und du kannst es reinlassen und annehmen. Und danke fürs Zuhören. Danke, dass du hier bist. Das macht mich sehr glücklich. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Hey und pst! Es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer von mir geschaffenen Kursplattform nur zur Verfügung gestellt wurde. Er heißt Zurück zur Natur und ich beschreibe darin, wie ich ätherische Öle und Supplements nutze und was ich den Leuten, die das mit mir entdecken, rate. Wenn du also Lust hast, auf diesem Weg auch mir ein bisschen zuzuhören, dann findest du Zurück zur Natur überall da, wo du auch diesen Podcast findest. Viel Spaß beim Zuhören!